Hallo meine Damen und Herren und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir sind in der Welt 9 und letztens habe ich in diesem Scrolling-Level hier versagt. Total, weil die Bom-Bombs einfach meine Plattform weggenommen haben. Und ich entschuldige mich nochmal für die Störgeräusche in dem letzten Part. Die sind tatsächlich mitgekommen. Und ich weiß nicht, woran es lag. Hilfe! Angst vor Bom-Bombs. Ah! Ah, Hilfe! Töte alle! Töte sie! Töte sie! Oh Mann. Eisbrand! Ich bin jetzt wieder in meiner Konzentrationsphase. Los, nicht sterben, Alter. Sonst war ich nicht hart. Boah, nein! Jetzt habe ich diese... Feuer-Piranha-Pflanzen auch noch getötet. Und trotzdem erwische ich mich noch eine Kugel von denen. Mann, Alter. Kascha, Kascha. Nicht so trödeln. Nicht bummeln. Weiter, nicht bummeln. Töte, 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 töte. Wundert sich macht sich und noch, das ist gar nicht mal so viel. Meiner Meinung nach. Komm schon. Juhu. Bitte klappt es so wie vorhin. Bitte klappt es so wie vorhin. Nein, klappt es nicht. Oh, Idioten! Ihr Vollidioten! Ja, wie soll ich jetzt runter? Hallo. Und das Level nochmal machen. Und schon stecke ich fest. Jupp. Das ist einer der Probleme. Ich glaube, es gibt zwei insgesamt. Eins ist das und das andere ist das. Die anderen sind noch relativ simpel. Okay. Kann ich glaube ich sagen, ja. Ich höre mal das Leben von hier, ne? Oh, Mann, Alter. Er scrollt auch noch. Das ist das Schlimme da dran. Boah. Lauf zu scrollen! Tihi. Tihi. Herr damit. Herr damit. Herr damit. Alter, könnt ihr nicht richtig treffen, Alter. Was habt ihr denn hier für den Aim, Alter? Müssen wir richtig zählen lernen. Haha, weg damit. Ich steh mich sofort hier hin. Boah, beim ersten Mal hat das so schön mit das weite Sterben zugeklappt. Und jetzt so ein... Hm. Bumbug. Nenn ich's mal. Ja. Jetzt hol'n Pompom her. Komm. Der muss mit mir da hier stehen. Das reicht schon aus. Danke. Und ich würd's jetzt am liebsten erstmal... Und schon wieder eine kleine Pause. Perfekt. Bis gleich. Ach ja, da bin ich wieder. Ich muss mal erwähnen. Ich bin allein im Haus. Ich bin allein im Haus. Und werde... Ofter... Ofter... Ofter gestört. Als wenn alle zu Hause sind. Warum? Okay. Ich hätte gedacht... Ja. Allein zu Hause. Mach ich mal schau was Schönes hier. Bisschen aufnehmen. Stört mich ja keiner. Naja, ist ja nicht stimmt. Wot so. Kann man nichts dran ändern. So. Das wär's wunderbar, wenn das sofort klappen würde hier. Das wär so schön. Komm schon. Okay, verkackt. Verpisst euch. Hoch, 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 hoch. Oh, danke. Ja, seht ihr. Deswegen muss ich da drunter her. Aber egal. Wenigstens die zwei Sterne müssen schon mal hier abgesichert. Und mir ist das so. Gerade wollte die Zeit vorbeigehen. Das wär ja fast schief gegangen. Also machen wir das Level jetzt noch einmal. Ich will nicht mehr. Ich kann schon kotzen von diesem Level. Warum müssen wir ein Level so oft sehen? Ich will euch das auch nicht antun. Ja, irgendein Cheater-Kivian komm schon. Schade. Hihi. Oh oh. Ah. Super gelockt. Muss ich schon sagen. Oh. Egal, hauptsache da ist noch eins drin. Mehr brauche ich nicht. Ah. Ich muss mich hier auch nicht um die Sterne da oben kümmern. Ach man. Nur 8000. Komm schon. Komm raus. Dann nicht. Nein. Hier ist gerade natürlich raus. Bin hier. Hilfe. Hilfe. Wir warten mal, bis der Bildschirm kommt. Nein. Runter von meinem Schiff. Und sollte es jetzt nicht klappen, mache ich es in der nächsten Runde mit Safe States. So viel ist sicher. Beziehungsweise ich mache es nicht mit Safe States, sondern schneide es vielleicht raus. Wer weiß. Ich gucke mal, was ich mache. Und dieser Baublock kann auch noch einiges zerstören, denn der kann die Pflanze, die ich eigentlich brauche, kaputt machen. Deswegen zerstöre ich den lieber eigentlich sofort. Und ich glaube, ich warte jetzt lieber erstmal ab und versuche folgendes. Genauso. Jetzt warte ich lieber erstmal. Ich glaube, das ist hier. Komm schon. Danke. Danke. Endlich. Boah. Hier ist noch sterben und ich würde weinen. Puh. Das speichern wir auch sofort. So, die Hälfte von Weltneuern ist geschafft. Folgendes. Ich bin gleich wieder da. Ich will kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Okay. Neun Minuten Pipapo. Also ein Level geht noch locker rein. 9,5. Was war das nochmal? War das das in dem Wald? Gab es aber eins? Ne, das war das mit dem Schnee. Okay. Wald sage ich. Ich glaube eher Dschungel ist das. Ich glaube, das ist eher Dschungelgebiet. Machen wir mal das hier an. Und ich glaube, hier gibt es ein Pinguin-Kostüm. Genau. Ist also nicht schlimm, dass wir auch die Eisblume verloren haben. Ups. Ups, ups. Ach, jo. Da war ja was. Dankeschön. Pink-Kostüm ist ja sehr von Vorteil, da man einfach nicht mehr rutscht. Und das nehme ich gerne auch an mich. Hey, 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 caramba. Da rutscht er einmal komplett durch. Hey. Hey, hey. Hey, was geht. Was geht. Die Boxen lasse ich da mal, weil ich brauche das Pinguin-Kostüm auf jeden Fall noch. Den Ring lasse ich auch mal dazu. Also, ich lasse mal einfach alles da. Sicher, sicher. Denn hier gibt es auch so eine richtig coole Sternmünze. Ja, und zwar genau die da hinten. Die meine ich. Und jetzt habe ich schon verkackt, sozusagen. Aber ich glaube, da oben gibt es auch noch einen Pinguin. Oh, Mann. Jetzt rutscht alles auch noch. Komm schon. Jawohl. Ich kann natürlich auch auf den. Der ist natürlich größer. Oh, Mann. Ich habe Angst, dass der gleich rauskommt. Ei, 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 caramba. Nein, ich war drauf. Ich war drauf. Ich war drauf. Dann bin ich runtergefallen. Was gibt es nicht? Aber es gibt es nur einmal im Leben. Ja, 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 ja. Danke. Danke, Jesus. Stirb. Hat sich noch jemand getötet? Ei. Ah, 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 ah. Ihr seid alle super, Jungs. Ihr seid super, tupper. Hier ist bloß kein Scheiß machen, Alter. Einfach, einfach sicher dahin. Ohne irgendwelchen Quatsch oder ähnliches hier. Einfach sicher dahin. Danke. Dann kommen wir im nächsten Part auch zu meinem absoluten Lieblingslevel in Welt 9. Und zwar das hier. Aber vorher kommt natürlich noch das hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mario verabschiedet sich, ich ebenfalls. Bis demnächst und tschüss. Hibeide. Tschüss.